Die Olympischen Spiele eröffnen! Ich meine, ich habe gedacht, das mit der Völkerverständigung ist nur so ein Spruch, aber Anna, hier passiert echt was. Herr Brautmann, solche Leute würden doch wissen, dass sie hier nie wieder herauskommen. Herr Struck, bitte schön. Trotzdem gefällt mir das nicht. Dann sollten wir hoffen, dass Sie die Lage richtig einschätzen, Herr Polizeipräsident. Taniza, bitte! Schwarzer September in palästinensischen Jugendlichen war... Somebody talk to me, please! Ich darf Sie ja kommunikieren. Ein Mann ist einer der Geisel. Diese Männer sind doch einfach nur Sportler. Wir glauben immer noch, dass die Palästinenser verrückte sind. Irschi sind wir jede Stunde eine Geisel. Wir haben schon Einträgen. Ernst meint es dir jetzt sicher. Richten Sie ihm aus, das kann er vergessen. Das Leben der Geisel liegt in unseren Händen. Was glauben Sie, was Sie hier tun? Aber wenn man den Gerüchten, die hier kursieren, Glauben schenken darf, stürme. Die richten sich auf lange Verhandlungen ein. Wir sehen Bewaffnete, die sich versuchen, dem Apartment von oben zu nähern. Einer der der Rösten ist jetzt auf dem Balkon. Wissen wir scheinen. Sie haben Ferte, Leute. Sie sehen zu! Sie sagen eindeutig, Sie wollen mir diese Sache nicht involviert werden. Jetzt geht das Ding hier hoch. Töne 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017